Moin! Heute geht es um die Frage, wofür man bei Nintendo Switch gebannt werden kann, bzw. was so ungefähr zu einem Bann führt. Und ich muss da erstmal zu sagen, es gibt da keine konkreten Hinweise oder so, Nintendo sagt einem nicht, wofür man gebannt wird. Aber aufgrund von vielen Nutzern, die schon gebannt wurden und die bestimmte Dinge getan haben, kann man Rückschlüsse darauf ziehen, wo die Gefahr, gebannt zu werden, vermutlich höher ist und wo sie eher gering ist. Und dazu gibt es seit dem letzten Video ein paar Updates, da habe ich ja glaube ich gesagt, dass bisher erst 10 die Größen gebannt wurden, aber es ist halt auch schon länger her. Und momentan würde ich sagen, sobald man inoffizielle Dinge macht, gibt es immer ein gewisses Grundrisiko gebannt zu werden. Das muss nicht hoch sein, aber es kann grundsätzlich immer mal irgendwie passieren. Aber natürlich auch nur, wenn man die Switch online mit dem Internet verbindet. Also, wenn man die Switch dauerhaft offline hält, dann wofür sollen die ein Bann? Allerdings sollte man dann auch bedenken, dass man die Switch nie wieder online verbinden kann. Es sei denn, man stellt vorher einen neuen Backup wieder her. Und da muss es dann auch auf der gleichen Version sein, wie die Switch gerade ist. Was zum Beispiel theoretisch möglich ist, ist, dass man ein Real MMC, also die normale Switch auf einer clean aktuellen Version hält, ohne irgendwelche Modifikationen und sich dann einfach noch einen Emunant macht oder einen Emu MMC, der dauerhaft offline ist. Da muss man allerdings bedenken, dass es nur mit den Switches geht, die für CGD benutzen. Wenn man einen anderen Software-Exploit benutzt, wie zum Beispiel den für 4.1, dann geht das nicht, weil man dann ja den originalen MMC auf 4.1 lassen muss. Und wie gesagt, es gibt immer ein Risiko, aber es gibt dann doch eben Dinge, die man machen kann, um nicht gebannt zu werden. Und erstmal so eine allgemeine Empfehlung. Man sollte die Einstellungen durchgehen und auch die Nutzereinstellungen und da überall die Sachen deaktivieren, wo irgendwelche Daten geteilt werden. Denn je weniger Daten geteilt werden, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gebannt wird. Und damit kommen wir zum ersten Punkt und zwar zu alternativen Betriebssystemen. Damit man nicht keine Kästen Firmenwares, sondern sowas wie Android, Lacker oder Linux. Die laufen ja auch auf der Switch und wenn man die benutzt, ist ein Bann grundsätzlich ziemlich unwahrscheinlich, weil Nintendo gar nicht bemerkt, sozusagen, dass man das nutzt. Weil ja nicht der Switch gestartet wird und damit gar nicht die Programme von Nintendo drauflaufen. Sondern man startet dann der Android oder so und da hat Nintendo die Finger ja nicht direkt drin. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zur zu normalen Homebrew-Anwendung. Da würde ich sagen, es ist eher unwahrscheinlich gebannt zu werden. Es gab schon ein paar Fälle, wo was passiert ist, deswegen würde ich es nicht komplett ausschließen. Aber das war nur bei speziellen Homebrews und die Custom-Firmware sollten das Ganze jetzt auch nicht mehr schicken, wofür man damals gebannt wurde. Und deswegen ist da auf jeden Fall meine Empfehlung, die Custom-Firmware im aktuell zu halten. Aber grundsätzlich ist es eben eher unwahrscheinlich, wenn man nur normale Homebrews benutzt, gebannt zu werden. Wenn man allerdings Mods, Custom-Themes oder Speichereditoren benutzt, dann würde ich im Zollzeit immer damit rechnen, gebannt zu werden. Gerade bei Speicherstand-Editoren, wo man dann irgendwelche Speicherstände erstellt, die eigentlich unmöglich sind. Oder bei Spielen, die online irgendwas synchronisieren mit dem Speicherstand. Dazu zählen zum Beispiel auch alle Ubisoft-Spieler. Oder irgendwelche Mods, wo man online an irgendwelchen Orten ist, an die man gar nicht kommen sollte und so. Oder irgendwelche Sachen macht, an die man gar nicht kommen sollte. Da gibt es auch Sachen, wo es wahrscheinlicher ist und unwahrscheinlicher ist, gebannt zu werden. Aber die Grundgefahr ist doch immer da. Und damit kommen wir zum letzten Thema, oder zum letzten, was ich hier besprechen möchte. Und zwar zu ROMs bzw. NSPs, also XCIs oder NSPs. Bei denen würde ich sagen, besteht immer ein gewisses Risiko, gebannt zu werden. Besonders risikoreich sind aber Online-Spiele. Also alles, wo man online geht und online irgendwas spielt und da eine NSP benutzt, da ist eigentlich die Gefahr, gebannt zu werden, instant da. Aber nochmal zur Erinnerung, das waren jetzt alles nur Schätzungen und Vermutungen. Das ist jetzt keine konkrete Aussage, die irgendwie Relevanz hätte. Also es kann trotzdem immer passieren, dass man gebannt wird, wenn man Sachen macht, für die man eben gebannt wird. Also wenn man die Switch normal benutzt ohne Custom-Firmware oder so, dann ist die Gefahr, gebannt zu werden, eigentlich auch nicht da. Und nochmal zur Erinnerung, natürlich natürlich auch die Gründe, weshalb die Leute gebannt werden, nicht offen. Also das weiß man nicht genau. Das war's dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Wurdest du gebannt? Wenn ja, was denkst du, war da der Grund, weshalb du gebannt wurdest? Schreib's gerne in die Kommentare und ciao!